Das Tor in den Winkel, ansatzlos. Was ein Knaller. Maxim Nohrow, hui. Den knallt er ja voll ins Kreuzek. Da passt ja kein Blatt Papier mehr dazwischen. Aber jetzt ist die Zürich mit 4 gegen 3. Haben die die Chance. Das Spiel schnell zu Bienen. Czerwenka legt da rüber. Nohrow in den Netzhemmel. Einmal vom Teufel spricht. Und Goss zerstört hier noch seinen Stock. Kurzer Hunter kann er nichts machen. Chancenlos. Czerwenka an der blauen Linie. Maxim Nohrow. Wartet lange mit dem Abschluss und mit dem 1 zu 0. Maxim Nohrow wiederholt das, was er gestern Abend bei 1 getan hat. gegen Ambribion. Nohrow. Peterson. Nohrow. Der ist drin. 3 zu 5. Kampf. Und das ging verdammt schnell. Von Pio Suzza. Aber der Arm bleibt unten. Vom Schiedsrichter. Nurow. 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 Game Winner. Für die ZSC Lions. Sie gewinnen mit 3 zu 2 und war Peterson noch dran. Nurow mit dem Schuss. Goss. Auf Tor. Sekunden Zeit. Hier einen ersten Vorteil zu erzwingen. Die Zürcher. Auch Nohrow. Und da hat er die Orientierung verloren. Hat er die Orientierung verloren. Nach einem Schlenzer von Nohrow. vom Tier am Sch... Nohrow. 3 zu 0. 25 Minuten gespielt. Kevin Klein. Da bricht der Schläger. Ja. Das macht er ja gerne. Dass eigentlich jeder weiß, was jetzt kommt. Und trotzdem ballert er dann mega drauf auf die Kiste. Wie hier Nohrow. 2 zu 0. Durch den Kanadier. Was ein Geschoss. Maxim Nohrow mit dem achten Saisontor. Und was für eins. In den Klick. 35. Minute. 2 zu 0. Überzahl. Sie können es ja an Überzahl. Ein Version. The Mask. Abenn Die MerHHHHH ellen. Es gibt den Taun alt.